Ich stehe neben mir mit dem UFC-Veteran Dennis Lieber. Dennis, du wirst am 13. November in Oberhausen bei UFC 122 auf André Grünner treffen. Zuerst noch mal die Frage, wie läuft die Vorbereitung? Die Vorbereitung läuft gut, ich bin mittendrin. Ich habe jetzt noch vier Wochen zu trainieren, aber im Moment läuft alles sehr gut. Wenn es weiter so geht, dann bin ich guter Ding. André Grünner hat ja eine Statistik von zwei Siegen und zwei Niederlagen, steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Siehst du ihn deshalb noch als besonders gefährlicher, als er so schon ist als Kämpfer, dass er unbedingt auch diesen Kampf mehr als nur gewinnen wird, um ein Statement zu setzen? Ja, natürlich. Ich denke, er gibt jetzt alles in dem Kampf. Für den ist das alles oder nichts. Deswegen bin ich auch jetzt auf alles gefasst und werde auch mein Bestes geben. Jeder Sieg ist wichtig. Es ist ja auch eine Herausforderung, diese zwei Niederlagen, die André Grünner hatte, hat er nur durch eine Punktniederlage erlitten. Also siehst du es auch vielleicht vor heimischem Publikum, ihn dann auch zum ersten Mal vorzeitig zu besiegen, um dann auch ein klares Statement zu setzen? Ich bin auch ein Kandidat, der gegen einen Top-5-Kämpfer in Zukunft kämpfen wird und vielleicht auch nach dem Titel greift. Ja gut, ich plane jetzt nicht, wie der Kampf ausgehen wird. Es ist immer schwer. Ich gehe einfach raus, kämpfe und dann sehen wir, was passiert. Natürlich würde ich ihn gern vorzeitig besiegen. Das wäre auch gut für mich. Aber wie gesagt, es ergibt sich einfach in den Kampf. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß, deine Ecke wartet schon auf dich. Dein Kollege wird jetzt gleich kämpfen. Darum noch zum Schluss. Möchtest du den Zuschauern von Ground & Pound noch etwas sagen? Deinen Sponsoren danken, Freunden? Ja gut, ich möchte allen danken, die mit mir trainieren. Vor allem die Jungs aus Mannheim, Frankfurt, Schieferstadt, meinem Sponsor, Firma Bodys und allen Fans. Einfach seid dabei. Seid am 13. November dabei. Ich versuche, euch einen guten Kampf zu zeigen. Dennis, danke, dass du es für uns kurz Zeit gefunden hast. Wir wünschen ihm viel Glück und hoffentlich in Oberhausen dann auch wieder live interviewen zu können. Kein Problem. Gerne. Danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.